so als polizist an willkommen auf streife mit officer köln verdächtigen gleich mit der xsdi holen guck mal gleich mal im ersten einsatz fahren mit alle grafik auf der x5 wird schon cool ist wie auf dem pc der x4 war es auch nicht schlecht sah auch schon cool aus aber das spiel ein bisschen spiel das mit freund laune macht auch alle einsteig wir haben eine mutter Situation am liebsten wie ich guck mal gleich mal das autos hat sich schön auf die späne haben wir noch mal gleich ich habe ihn werde ihn jetzt festnehmen erst mal erst mal geknackt bitte festnehmen abbrechen vollzeug aus hier hat er sich geschnitzt nächstes Name auch und der andere zu hinten zur bremse mal runter hier kleiner schlauere aber die kriegen wir auch sauber festgenommen das ist ein spiel was richtig richtig geil ist also das ist eigentlich nichts für speed gewesen was richtig richtig geil war das hat mir gefallen immer das hat mir echt gefallen immer ich fahr lieber als interzeptor weil ich mit den ganzen autos zusammen fahren möchte ja 834 habe ich da alle schon und auf computer das remaster ist richtig richtig nice jetzt haben wir auch sogar straßenspann gerichter nehmen wir einen R8 R8 der ist auch richtig schön bei der sache bei der sache der was befördert hier das ist richtig geil das ist richtig geil das spiel lohnt sich wirklich zu kaufen das macht richtig spaß die grafik ist auch der hammer grafik ist auch der hammer das sauber und die videos das hätten sie mal vermastert sollen das spiel alle einheiten straßensteine posizierung vor euch haben wir nicht gleich einmal festnahmen negativ der drobe der licht weiter einen renzer und erledigt der fall officer haben den verdächtigen festgenommen für die sache vorbei 13 sekunden gebraucht für den ganzen einsatz top besser geht es nicht officer grönig ist eben der beste jetzt krieg ein neues auto das finde ich halt klasse an diesen mit der speed ja der porsche ein luxus ding der 911er nachher der alte wagen das ist auch so ein schönes ding jetzt muss ich glaube ich zum einsatz fahren ah ja das ist da genau alter bundesrepublik deutschland äh porsche 911 da ist schon nicht schlecht da ist schon eine rarität man mag ihn fahren dann kommt das ist hier kommt einer zum einsatz bitte ja das ist sofort zum einsatz gucken wir uns das video an wir brauchen Hilfe Zentrale an alle Einheiten officer benötige Unterstützung Optimus wie treeways und zack und geht's ah wunderschön es ist eine zähnungsübung aber es muss genauso werden als sicheres eine echte Situation auf flüssigen 500 ist doch mal richtig Spaß und uns ist hier echt das ist heiß komm mal weg meine Wege ohne mich guck mal weg esse flüssig ganz immer noch mal fest es rein bis 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 Das ist doch ein paar Böder, hm? Mann, so piss dich Ich schluss laulich an, sonst hau ich nicht mehr an die Arsch da rein. Der Porsche fährt sich auch bei Reef nicht so knapp, obwohl es noch 56 kmh nimmt. Das ist so ein Schwamm, Alter. Ich weiß nicht wo ich, oder ob das Ziel ist. Ich sehe es jetzt nicht. Ich würde noch mal 8m machen. Nein. Ah ja, ich bin schon drin. Ja, haben sie geschafft. 2,830 Gold, super, war ich sogar besser als das letzte Mal. Ja, alter Porsche, naja, er fährt sich nicht schön. Aber es ging. Dann kriege ich den 911 Turbo. Geschenkt. Neues Fahrzeug beschafft, das kriege ich mal. Nisa 350Z, der fährt sich auch spitzenmäßig. Hier habe ich noch nichts, hier habe ich... Hier unten habe ich eins von zwei, da musste ich hier die Vorschau machen. War glaube ich mitten, äh, mitten, ja. Ist Martin, fährt sich aber auch richtig ruhig und schön. Das Auto. Den kann man auch lieben, das Auto. Das ist schon nice. Naja, da fahren wir noch die Runde noch. Auch, dass er braucht Hilfe. Ja, das ist einfach. Alle Einheiten bitte melden, das ist eine Notfallsituation. Ah, hier, der drückt sich schnell. Das Auto mag ich sehr. Ja. Ja, er lässt sich gut in Schiffkontrolle, also in Schiffkontrolle halten. Er lässt sich auf den Christen, muss aber gleich wieder nachstehen. Wir sehen auch laufig auf. Endlich einmal gebraucht. Ja, ich glaube, ich hatte echt... Es sind nicht noch viele... 5 Kilometer, 4 Kilometer, ok. Ich bin an die Abpassung nicht mehr links, weil es ist zu konstant. Wir driften hier unten, unten zu vorne. Die Vorreihe und driften, voll fast geschleubig. So wird es hier echt ausgegriffet, aber... Aber... ...die eigentlich alle können sie schaffen. Die größten Scheißkram, ja, weil das Arschloch ist nicht zur Seite gegangen. Der Penner, Alter. Was mich schön daran konzentriert. Sollte Wichser hast. Ich glaube, man sieht, dass ein Polizeiauto kommt. Ich schalte es mal ein bisschen zurück, ja. Es ist halt... Fährt sich wie Scheiße, das Auto. Manchmal. Manchmal. Ja... Schaden ist... Ja, die ist das nächste. Die sind nicht geschafft. Dreckspisser allein. Ohne Scheiß, das kommt's dann an. Ich sage, Dreckspisser. Man muss den mehrmals fahren, die Scheiße. Ja, da brauchen sie die nicht mehr. Das reicht, ja. Ich bin ja trotzdem besser als die anderen. So, ich fahre lieber hier Streifen mit ein. Lamborghini, geiles Auto. Das ist was. Das macht richtig Laune. Da kannst du Gas geben. Das ist ein schönes Auto. Das liegt auch gut auf der Straße. Da hast du keine Probleme mit. Hier ist ein Porsche oder so ein alter... Ach, keine Ahnung. Wo ist der läuft? Hast du gesehen? Herzlichen Glückwissen. Glaubst du jetzt, dass du dich einsetzt, weil du hier... Alle Einleitenden melden. Ich darfst deine Notfallsituation sehen. Ach. Ach. Guck mal, Herr Henniger. Die Abfahrt so lässt sich nicht. Kannst du nehmen, musst du nicht nehmen. Die, was du schon mit der Tür rausgeholt hast, die hast du schon wieder verloren durch den Schatz. Die Kondition, das finde ich halt ein bisschen schauze. Ich bin trotzdem aus der Führung. Aber wenn der richtige Spielerjagd durchsetzt, dann macht richtig Glauben. Einfach klar, dass der Wichser hier nicht zur Seite geht, das Arschloch. Den nächsten, den würde ich mit dem Knüppel zusammentreschen, Alter. Bisschen die Zähne draus fliehen, das ist ein Arschloch. Finde ich scheiße, wenn das Auto strottet. Ich hoffe nicht, das ist weh. Das ist ein schönes Auto gestartet, Alter. Nur wegen solcher Inkompetenzen Autofahrer. Okay, da haben wir ja wenigstens ein Audi freigeschalten. Ja. Ja. Gold haben halt nicht. Audi können wir fahren. Ne. Aber der Intercept ist nicht schlecht und der K50Z ist anentspielt. Aber der Intercept hält ein bisschen mehr aus. Besonderes Merkmal dieser unscheinbaren Lerosine von Ford ist die Ruheleistung des EcoBoost-Motors mit dem Trügel. Die K50Z kämen im Traum von Bob land. Da haben wir schon mal hier mit dem Trügel gekaltern. UGH! Wir müssen jeden Tag ihn zusammen auf Vier, komm mal, auf Vier. Da Gina,671-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-4-4-5-5-4-2-5-4-5-4-3-4-5-5-5-3-5-4-4-5-5-5-3-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-5-6-5-5-6.